Hallihallo, hier ist wieder der Martin, noch einmal aus Bataia, vom Jomtien Night Market. Den Night Market, den wir alle so kennen, aus früheren Tagen auch. Das war quasi hier mit der Windmühle der erste größere Night Market hier, Jomtien Beach. Und ich habe bei diesen Tagen die Dorothea mit dem Manfred getroffen, auf dem anderen Night Market, ein bisschen weiter. Next to the soil welcome, ja, und die haben mir gesagt, die wohnen hier irgendwo, der Markt hätte jetzt einen neuen Namen. Und wenn wir jetzt darüber gehen, wie der neue Name jetzt heißt oder umgangssprachlich heißt, das erzähle ich euch später, also blatt dran. Ja, hier, Jomtien Night Market, so haben wir es in der Vergangenheit immer gehabt und ich war während Covid ein paar Mal hier und da war nie was los. Ich habe ja heute in einem Livestream auch schon mal gesagt, laute Musik, laute Musik und hier ist es brechenvoll, das hätte ich so nicht gedacht. Ich war lange abends nicht hier, es ist jetzt 20.30 Uhr und wir gehen jetzt mal hier durch die Gassen durch und dann könnt ihr gleich selbst entscheiden, was ihr dem Namen hier, äh, was ihr dem Night Market hier für einen neuen Namen geben würdet. So, ich kann mal so viel sagen, es fängt mit R an, ja, weil hier wohnen natürlich viele, viele, ähm, ja, neue Bürger, neue Mitbürger, Dauerresidenten und so weiter, ähm, aus Russland. Ich habe nichts dagegen, also verstehe mich nicht falsch, aber es ist hier alles darauf eingestellt. Du siehst also hier viele, viele, ähm, äh, russische Schilder und so weiter und, äh, Food-Beschreibungen, alles kein Problem, weil ich bin ja froh, dass die Leute hier sind und, ähm, nicht in die Ukraine müssen. Also von daher verstehen wir uns richtig, guck mal hier, es ist 20.30 Uhr, hier gibt es Street Food ohne Ende, guck mal hier, die frischen, die frischen Hähnchen, hier aus der, aus der Rotisserie, guck mal hier, da sind sie, das geht hier wirklich, kostet ein halbes Hähnchen, 100 Bar, kann man nicht meckern, oder? Kann man da meckern? Ich meine nein. Und hier nebenan wird es noch besser, guck mal hier, die Rippen, die Rippchen aus dem großen Fass, irgendwas verrückt. Da ist Holzkohle unten drin, ein Holzkohlefeuer in unserem Fass und, das ist der Wahnsinn hier, die schmecken, die sind saftig, wenn die frisch da rauskommen, ich mag sie nicht, wenn die schon hier, äh, ein bisschen rumliegen, aber wenn die aus dem Fass rauskommen, dann ist das wirklich der Hammer. Guck mal hier. My sister should come here every day. My sister says hello, by the way. Ja, go, my dad. I will tell him. Für Zuschauer aus Ostdeutschland, ähm, dürfte den ein oder anderen, wie ich zwar von der Vokanz an hier, aber wie gesagt, ich hab da überhaupt nichts gegen, ganz im Gegenteil. Äh, manchmal bin ich sogar, bin ich sogar, ähm, ja wirklich, manchmal traurig, wenn ich sehen muss, die sind ja teilweise auch hier und wissen gar nicht, wie es weitergeht. Aber das ist eine andere Geschichte, wir wollen ja hier Spaß haben. Guck mal hier. Und das ist der, das ist der Gutstand, der bei mir nebenan auf dem Night Market auch zugegen ist. Hier gibt es die, die hab ich gestern gehabt, Silke und ich haben, ähm, hier, den Kartoffelauflauf gehabt. Hier gibt's die Kartoffel, die Knoblauchkartoffeln, da gibt's Kartoffeln, da gibt's Hähnchen mit Paprika. Ähm, der Rosenkohl. Leute, ich sag euch eins, hier gibt's Rosenkohl, Rosenkohl für 60 Bar, eine Portion und Spinatauflauf. Ich hab's alles schon probiert, fast alles. Ich bin begeistert und ich hab jetzt hier angehalten, übrigens, eigentlich ausschließlich aus dem einen Grund, nämlich diesen Stand hier zu finden, weil man hat mir gesagt, dass der Stand hier jeden Tag ist und ich hab an dem anderen Night Market, ähm, meistens nicht diese große Auswahl. Hier ist, also hier ist voller Programm und bei uns da drüben hat's manchmal nur, ähm, zwei, drei, vier von diesen Schalen. Ich schwöre dir, und die machen ja auch einen Mix, da gibt's eine kleine Schale für 60 Bar, eine große Schale für 100 Bar. Da kriegst du den Mix mit Rosenkohl, mit Kartoffeln und so weiter, mit Hähnchen und Paprika. Das ist der Wahnsinn. 100 Bar, so ein Mix, hier kommt's ja schon wieder, und, ähm, dann noch ein halbes Hähnchen dabei oder ein Viertel, wie auch immer. Äh, das ist der Wahnsinn. Also, hier, das ist mein absoluter Favorit. Ich hab zum Silco gesagt, ich hab noch niemals in Thailand, ähm, so viel Auswahl an, ich sag mal, westlichem Essen, in dieser Qualität gehabt, für diesen Preis. Never. Deswegen, ähm, der Markt hier, dieser Stand alleine ist es wert, hier hinzukommen. So, und hier gibt's zum Beispiel auch den griechischen Salat, also hier so, so ein, so ein Feta, Gurken, Tomatensalat mit Zwiebeln, ähm, absolute Klasse. Hier, Coleslaw auch noch. Die Auswahl, die wir hier haben, die haben wir da hinten nicht, hier, der Spinatauflauf auch, grandios. Also, mach dir so ein Mix, 100 Bar, so eine Mix, ähm, Schale. Hier, die müssen begeistert sein. Ja. Guck mal, wie voll das hier ist. Hier. So viele, also auf den anderen Nightmärkten, wie da hinten zum Beispiel, da ist so auch gut besucht, aber so voll, wie es hier ist, weil hier sind natürlich viele, also einige Kondominiums hier ringsherum. Guck mal hier. Die Preisschilder sehen gleich aus, die gehören vielleicht auch noch dazu. Jetzt Makaroni, hier gibt es, ähm, Nudeln mit Hähnchenfleisch. Guck mal hier. Also, alles 50, 60 Bar. Ich bin begeistert. Ja, wir gehen jetzt hier die Runde, die einfache Runde, guck mal hier, nochmal, nochmal Rippchen. Guck mal hier. Auch hier wieder das Fass, ja, da kommen die gleich raus. Die werden nochmal auf den Grill gelegt. Wenn es schnell gehen muss, nochmal aufheizen, auch wie auch immer. Guck mal hier. Das ist absolut der Wahnsinn. Dann gibt es das Garlic Bread da hinten auf dem Spieß. Ja, das Knoblauchbrot. Also, ich meine, wer Hunger hat, der muss hier hin. Hier wirst du auf jeden Fall gaumentechnisch befriedigt. Guck mal hier, hier noch was. Das sind, sind das Tacos oder ist das hier? Tacos, guck mal hier. Riesen Tacos. Oh mein Gott. Guck mal hier. Die werden flammiert noch, da gibt es Käse oben drauf. Guck mal hier. Tacos in Kataya. Das ist der Wahnsinn. Und hier so ein, hier gibt es auch Burritos, Fachitas, Huesadillas. Also, das volle Programm hier. Guck mal da. Tacos State. Also unbedingt hier hinkommen. Essen gibt es also wirklich hier reichlich. In der Stunde ist hier, ich sag mal Popshop. Nach neun ist es hier schlagartig, schlagartig leer. Guck mal hier. Das sind Eck-Burger, sagt man dazu. Zumindest steht es hier oben. Das muss wohl eine Spezialität aus dem, aus dem fernen Russland sein. Ich weiß es nicht. Oder ist das, weil das gibt es hier in verschiedenen Sprachen. Also, ja, mit Egg, mit Chicken, Beef, Pork, alles gibt es dazu. Also, der Nachtmarkt hier, der hat mir früher schon immer gefallen. Dann war der während Covid, wie gesagt, war der fast ausgestorben hier. Da habe ich gedacht, oh Mann, oh Mann, das gibt nichts mehr hier. Und als dann letztes Jahr noch die anderen Märkte aufgemacht haben, habe ich gedacht, jetzt ist ganz vorbei hier. Aber weit gefehlt. Es kommt alles wieder zum Leben hier. Guck mal hier. Mudeng. Reisgericht mit rotem Schweinefleisch. Dafür gibt es das Ei. Eine richtige schöne rote Soße oben drauf. Und das Ganze ab 65 Grad. Also, für 2 Euro bist du hier immer gut dabei. Ja, hier wird noch Somtam gemacht. Auch mal eben reingeschmissen in den großen Mörser. Bisschen Chili. Und dann geht das los. Da kommen die Tomaten rein. Da kommen die Bohnen, genau, die grünen Bohnen, die langen Bohnen, klein geschnitten. Da kommt der Palmzucker da rein. Und noch ein bisschen. Da, jetzt kommt die Tomate. Tomate. Die Limette. Limettensaft. Und die Schale kommt ja auch mit da rein. Wird mit klein gestampft. Meistens zumindest. Nicht immer so viel, aber... Die hat sie jetzt rausgenommen. Ah, normalerweise kommen die Limettenschalen auch mit da rein. Jetzt kommt die Spezialsoße drauf. Das könnte die Fischsoße sein, die fermentierte. Da wird das Ganze noch mal ein bisschen durchgestampft. Die Chili kam ja zuerst rein. Die ist also schon voll im Gange. Jetzt wird probiert. Ja. Dann kommt hier das Salted Egg. Das gesalzene Ei. Und gleich kommt nur noch zum Schluss die Papaya oben drauf. Ach, ein Korn. Guck mal, das gibt ein Kornsalat. Nichts Pachaya Papaya. Ja, ein Korn. Den mache ich besonders gerne. Oh, mein Gott. Guck dir das an. Da wird das Korn, also der Mais quasi vom Kolben abgeschnitten. Oh, mein Gott. Ja. Also, ich warte jetzt noch ein Momentchen. Das ist nämlich gleich fertig. Das Ganze dauert ja immer in der Regel nur ein oder zwei Minuten. bis so ein Salat fertig ist. Jetzt kommt es gleich raus. Pass auf, einmal durchmixen. Ganz vorsichtig übrigens. Weil ansonsten, ja. Das ist also kein Papaya-Salat, das ist der Mais-Salat. Tüte auf. Ohne Trichter, guck mal her. Das ist Mais-Arbeit. Oh, mein Gott. Also, das andere meiner Lieblingssalate, dieser Mais-Salat, ist Papaya-Salat-Style, aber nicht mit Papaya, sondern mit Korn, also Mais. Ja, das ist also hier ein, ein Gaumenschmaus nach dem anderen. Hier gibt es das Mais-Kolben am Stück. Und dazu gibt es dann eine Portion Hühnerfüße. Oder auch die Schweinshaxen. Ich habe das nach Hause genommen. Ja, ja, gut, gut. Ich habe eine dieser, 92$. Ja, es ist, um, nicht everyone's, not everyone's taste, but, um, ja, es ist gut, es ist gut. Ich liebe das Lever, too. Ja. Ja, das muss wohl Fisch sein, ja, quasi beteeter Fisch. Und hinten gibt es noch, guck mal hier, von der heißen Platte, von der heißen Platte gibt es, ähm, Händchen-Steaks. Also, du hast alles hier, alles. Mein favorite Shop ist eigentlich hier, der Liquid Shop. Hier gibt es nämlich, ähm, Kalkgetränke in kleinen Mengen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also hier schöne, ähm, schöne Cocktails, auch nicht zu teuer. Wirklich, kann man hingehen. Ähm, da wird man immer... Jetzt habe ich gerade, guck mal, Martin. Guck mal, da ist schon wieder einer. Da muss ich aber... Oh, guck mal hier, da bin ich gerade am Filmen. Da ist er, ja. Ich mache mal eben das Video zu Ende, dann komme ich nochmal wieder und trinke dann... Okay, ich lade dich auf ein Bier ein. Ja, siehste, habe ich schon wieder ein Bier umsonst. Ja, ja, alles klar. Ist gleich. Oder auf dem Cocktail, da geht's mit dem Cocktail. Ja, ja, ich gehe mal einmal durch, dann komme ich wieder. Oh, ne, ich freut mich. Siehste, so immer ansprechen, deswegen sage ich immer ansprechen, ne, ich bin dabei. Ja, so geht das hier. Also, jetzt ist verständlicherweise natürlich auch das Video um einige Minuten kürzer, weil jetzt habe ich ja Grund, nochmal zurückzugehen. Wie gesagt, wir haben jetzt zwischen, ich weiß nicht genau, zwischen halb neun und neun und es wird gleich schlagartig, wird es leer hier, also ab neun Uhr. Aber es gibt hier, guck mal hier, es ist immer noch wirklich gut besucht hier. Hier gibt es Hähnchen und alles mit Salat dabei. Also, die Auswahl ist riesig. Also, keine Sorge, dass hier nicht genug Auswahl gäbe. Und guck mal hier, diese Fleischspieße. Hier, das ist Schweinefleisch auf dem Stick. Da ist, ich glaube, das ist Schickenhintern, also hier der Schickenpo, wenn ich nicht irre. Da gibt es hier Leber, Hähnchenleber meistens. Hähnchen auf dem, also alles tolle Sachen dabei. Manche Sachen, wie gesagt, nicht für jeden geeignet, aber alles in allem. Ich bin begeistert. Wie gesagt, ich hatte Sorge um diesen Nachtmarkt. Und die hat sich jetzt erledigt, die Sorge. Guck mal hier. Guck dir das mal an. Hier, das ist, das ist alles. Hier ist Beef dabei, hier ist Lamm dabei, hier ist Chicken. Guck mal hier, kannst du da gucken. So sieht das Ganze aus. 100 Gramm ist natürlich, ja, aber gut. Und schmeckt, hier, sieht gut aus, oder? Ja, und hier gibt es ein paar Reisgerichte, verschiedene, mit Ei dabei. Oder auch ohne, je nachdem. Mit Seafood, mit Krabben, mit Schweinefleisch, mit Chicken. Das volle Programm. Deswegen, Vorurteile beiseite. Einfach mal, einfach mal hingehen. Da, wo es wehtut, da, wo es gut riecht, wie auch immer. Guck mal hier. Hier gibt es Pizza. Pizza-Stückchen. Sie sehen nicht so schlecht aus, aber wie gesagt, ich mache es ja lieber gerne frisch. Aber für 60 Bart oder für 80 Bart, da kann man ruhig mal einen Test wagen. Das kann man ruhig machen. Und hier, ihr seht immer die Schriftzeichen hier. international. Aber hier, die Riesenwurst, die Riesenwurst, die ist richtig lecker. Hast du da eine von auf? Da bist du aber satt. Oh, Entschuldigung. Und hier auch der Fisch. Es ist ein Nachtmarkt, den ich so nicht erwartet habe. Wie gesagt, ich habe mich da immer auch, weil da vorne immer so viel los war, weil da vorne immer so laut war, also quasi am Anfang des Marktes hier, da vorne, wo es das Bier gibt, das ist richtig laut. Da tanzen die Kinder nach lauter Musik. Ist auch alles okay. Für mich natürlich ein Graus, weil ich ja hier mein Video machen muss. Und da die Musik im Hintergrund nur stört. Und nicht nur stört, sondern auch noch Probleme bereitet. Guck mal hier. Kartoffeln. Wie gesagt, noch einmal, die Menschen, die hier sind, ich bin froh, dass sie hier sind und nicht woanders. Hier gibt es für alle was. Hier, Döner, Kebab, meistens Hähnchen, hier das ist Hähnchen. Hier ist nochmal Beef. Also, es ist für jeden was dabei. Für jeden. Ja, und wer nicht essen möchte, kann sich auch so Appetit, wie gesagt, Appetit holen, ja. Appetit holen und gegessen wird es zu Hause. Oder wie sagt man? Also. Es ist hier fast am Ende. Also quasi, ich komme wieder hier raus, zur Beachfront. Da läuft die laute Musik, deswegen mache ich jetzt Feierabend. Und ich sage, tschüss, bleib gesund, da braucht ihr keinen Doktor. Daumen hoch für den Tiprasid, äh, für den, da war ich nämlich vorhin in Tiprasid Night Market, da war ich wohin? Mit Bangkok & More. Also, ähm, guck mal hier. Goal, goal feet. Ja, sicher, guck mal hier, noch einer. Ja, ja, ich mache jetzt den Feierabend, bevor die Musik nicht, äh, also, bleib gesund. Hier vom, ähm, Jonschen Night Market. Tschüss, bis bald, ciao. Tschüss, bis bald, 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 bis bald